Oh Mensch, was bin ich schon geiler von heute Abend her! Deutschland gegen Algerien hier! Achtelfinale! Warte, 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 warte Stimme hier! Einigkeit und Recht und Freiheit Für das deutsche Vaterland! Ja, wie es weitergeht wisst ihr, gell? Wenn nicht, könnt ihr schon mal üben, gell? Ich fahr jetzt erstmal schön und käse nur, gell? Aber, gut! Ja, aber dass ich dennoch nicht, wenn ich buchst, Aber, wenn ich dich... ... und ein klemmt, vielleicht mit dem, ... und es gut wie ich!